hallo und herzlich willkommen zu kehr zu ja stadt ja es sieht ja irgendwie hat es den anderen stand nicht gespeichert und ich habe ja fast kaum energie ja mir jetzt gerade sehe ich gerade okay warum auch immer mal schauen ich glaube wir hatten da noch ein zweiter unten dein unser original eher egal ich habe halt jetzt zwei gemischte samen nicht mehr gefunden ja ich glaube das verbaut ziemlich viel energie hier die sacken ja jetzt habe ich auch meine mods zum laufen gebracht die sie natürlich in meiner video beschreibung verlinkt für die dies wissen wollen also erstmals ist so normalerweise sieht man nicht was die dinger hier kosten die sachen und das habe jetzt zugefügt hier ein mod der mir anzeigt was es für geld bringt hier dann habe ich noch zum beispiel zeit mit aktiviert hier aber nichts endlich ja hey stop the time ja da habe ich die zeit eingehalten jetzt blinkt es auch hier wenn ich wieder in dann ist die zeit wie immer wenn ich jetzt kommen oder punkt schreibe da ist eine spiel zehn minuten 15 sekunden lang und wenn ich jetzt ihre länge dann ist leicht 14 sekunden normalerweise ist glaube ich alle sieben sekunden zehn im normalen spiel wenn es bedrückt time feels different genau also dann ist ja wieder so wie in der datei eben speichert von dem skript ersteller habe ich glaube ich stellen erst mal ja zehn minuten auf zehn sekunden ein hier das kann man glaubt zu lassen oder mehr wie nachdem können wir damals bisher um experimentieren wenn es zu tagen bis schnell vorbei geht ich weiß nicht ob das jetzt groß die spiel das spiel bricht ja und da wackelt chance glauben wir sollten da jetzt erst mal nicht weitermachen weil sonst sind wir vielleicht wahrscheinlich erschöpft ja so so früh am tag was haben wir denn hier ob es bis langsam erschöpft ja ich schon recht wie kann ich das ja examinieren hallo muss alles stellen nach oben pelika nach da so was das hier eine narzisse jetzt ist der jetzt ist die musik wieder die option hat natürlich auch rauskauen hier es ist die musik näher viel zu laut die töne die das ist alles ja ich vermisse ja auch irgendwie speicher option genau vergrößern hatten wir auch ja das hat man gewählt warum das eigentlich so eine komische auflösung hier dargestellt ist lichtqualität hat man auch da haben wir eigentlich alles gehabt hier sondern hat man doch das ja so ganz klein wie es geht na so ok ja dann gucken wir doch mal die stadt rein kann man das ja auch irgendwie nö wie kann ich denn gar nichts in der hand halten ich kann büschel rütteln was das aber bringt weiß ich nicht was hat man denn hier eine ersthilfestation kann ich das nicht lesen oder wie rein könnte ich mal ja es geht lustige musik hier was gibt es denn hier tausend gold hier stelle eine menge energie wieder her und gesundheit ok muskelbalsam wenn du etwas übertrieben hast kannst du damit erschöpfung heilen ok war für teuer geld hier kann man die akte durchwühlen fluch wahrscheinlich dings kippe krankheit nicht verbreiten tu halt dir die nase zu diese klinik ist über die gesundheitsbehörde der ferngild republik zur arztpraxis zugelassen worden ok äh können wir hier rein ja können wir das gleiche hier ist das leben manchmal schwer haben sie häufig konzentrationsprobleme sprechen sie mit ihrem arzt über bravo loxinone bravo loxinone ist nicht für jeden bestimmt nebenwirkungen können schlafstörungen wutanfälle unkontrollierbares anschwellen der kehle dauerhafte verfärbung der lippen hausfall sowie schlaganfälle seien in äußerst selten fällen 1 von 500 all den tester die vollständige auflösung eines oder mehr ihrer knochen das ist aber eine sehr gefährliche medizin kam jetzt ja wir können ja sogar rein kann man den computer oder kann man jetzt kann man auch nicht kann man die dinge ups mit dem kann man sprechen es ist mein vergnügen die ich kennenzulernen ich bin harvey der arzt der stadt okay harvey ein sehr markantes gesicht mit brille ja gut hätte jetzt ein vollbart wird er fast so aussehen wie ich also ich hab kein so ein mustach hier aber das so nennt was nicht das ja acht ist die beliebtheit oder wie okay sagt das sonst noch was ich bin für die regelmäßigen kontrolluntersuchungen für jegliche medizinische versorgen alle bewohner pedigangs verantwortlich ist eine sehr erfüllende arbeit sonst noch was ich hoffe du findest deine eigene arbeit sobald ebenso erfüllen ab sie sonst noch was habe nein okay danke wir gucken uns mal so ein bisschen seiner praxis um es ist vermutlich keine gute idee deine hände da reinzustecken es ist voller spritzendreckiger tupfer und kleinen düsen die habe in die ohren der leute gesteckt hat ja dann lasst man das lieber mal eine probe du steckst deinen finger da besser nicht rein okay ja ich will etwas doch mal dass ich will doch erst mal nur das lesen hier kann ich hier noch nein gut da lassen wir das mal hier da geht es noch hoch sogar da ist jetzt hier das krankenbett hier krankenzimmer was er will du bist nicht gut mit habe befreundet sein schlafzimmer betreten okay dann lassen wir das natürlich ich will ja auch nicht jeden in mein schlafzimmer lassen na so was ist das Aha ein kalender louis hat geburtstag hatte hat er demnächst geburtstag da brauchen wir ein geschenk oder was Eierfest okay Shanes geburtstag im Vincent bloom tanz Pierre und da ml die Hallo es ist nett ich kennen sie lernen lehr ok Du hast eine gute zeit gewählt um herzuziehen der friedling ist herrlich Ja ich habe mir jetzt überlegt ob ich die stimmen nach machen sollen so ein bisschen also habe ich mir gedacht dass ich so viele charakter doch vergessen wird die stimmen vielleicht mache ich manchmal mal so ein bisschen aber keine garantie das stimme immer gleich sind nein ich will doch nicht piers gemischt waren laden mittwoch ruhe tag okay wir haben wir montag piers gibt es hier aus hilfig sucht heute hängt hier nichts aus samenhörer bühne nur bei piers ok ja da gibt es erscheint manchmal irgendwelche aushänge gehen wir doch mal in laden rein oder hallo wer bist du aber bürgermeister louis hat mir gesagt dass du gerade eingekommen bist ich bin mal nie gut ich verkaufe nutzt hier und alle hilfsmittel auf meiner ranch auf jeden fall mal vorbei ja später vielleicht kühe oder so brauchen oder schafe sonst noch was okay was haben wir hier ach die hat man schon wenn haben wir denn hier abigail wo stimmt ja ich habe gehört dass jemand auf den alten hof zieht irgendwie schade diese überwuchenden felder zu erkunden hat mir viel spaß gemacht jetzt kannst du immer noch du kannst du auch zum unkraut jeden zu mir vorbeikommen so okay jetzt haben wir davor sei das ist das ja ob es rucksack verbesserung 24 plötzlich für 2000 gold ok ja nicht jetzt wir haben nicht so viel auf jeden fall schon mal gut zu wissen dass man sein inventar vergrößern können das ist ja hey du bist legolas der neue bauer oder ich bin pierre der besitzer des örtlichen gemischt waren ladens wenn du saad brauchst ist mein laden der richtige ort dafür ich kaufe dir auch deine erzeugnis zu einem guten preis ab okay da müssten wir dann mal der gucken ob ja weil man kann ja zwar alles in die box legen aber vielleicht bietet er besser das ist nur mal austesten dann jede menge sachen ja was gibt es hier zettel 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 ob da kann ich nichts anklicken dass er hier kann weiter hat den kamin an okay der muss frieren hier hat das was haben wir denn hier dieser schrank ist voller trainingsgeräte ah ja was ist denn das hier ist es ein altar oder was soll das sein ja jetzt ist na ups altar von juba okay alles klar super jetzt bin ich erschöpft dass ich nicht mehr so schnell laufen kann ganz super klasse naja gut du bist nicht gut mit peter caroline befreundung mir schlaft und betreten okay und wer ist das hier und auch hier okay kann man das lichter noch so wie ist es jetzt eigentlich ja was weiß ich denn wo ihr was ist oder was ist das näher da muss ich ihnen sprechen passt die nagensatz 20 gold bodensetzlingen 60 naja gut da steht etwas dabei wächst in vier tagen heran im frühling auch frühling wächst in zehn tagen heran aber kann danach mehrmals geändert und bringt mehrere boden pro ernte ein wächst an einem rang gerüst oder brauchen erst dann gerüst blumenkohlsat pflanze sie im frühling braucht zwölf tage um einen großen blumenkohl zu produzieren kartoffeln wächst in sechs tagen heran kann aber bei der ernte mehr kartoffeln auf einmal bringen kann hoffen wir doch schon mal ganz schlecht tulpen ziehen pflanzen im frühling wächst in sechs tagen seiner form vor blumen heran ausgewählte farben grünkohl salat sechs tage ernte mit einer sense ok zierlauch was zierlauch wächst in sieben tagen seiner blauen kugel für blumen heran ok gras bündel pflanze es auf deinem hof um neues gras wachsen zu lassen ok 100 gold war ein bisschen oder ein bündel mal schauen nein nein na verdammt ich wollte es doch gerade kaufen auch nö nach verdammt habe ich aus versehen dahin geklickt es war jetzt natürlich blöd zucker weizenmehl reis öl hat er vielleicht irgendwas was ach tapete erst bei dem gibt es alles katalog was 30.000 ach dann kann ich mir zeug von zu hause bestellen kirchen kirschen setzling yes 28 tage trägt im frühling früchte wächst nur wenn die acht im ding den felder leer sind da müssen wir auch auf die feldern achten aprikose orange kanad ja was hat er denn jetzt noch mal ich bräuchte irgendwas was mit der energie auf aber da verdammt darum habe ich jetzt die blöden gras gekauft ist wollte ich gar nicht kann ich das denn wieder verkaufen irgendwie schenken ne schenken wie ich es nicht auch nö das hätte jetzt netz sein müssen ach was soll's ja wenn man nicht aufpasst dann bestraft ein das leben kann ich ja auch nö kann ich dann nicht drin rumwühlen ok wer sind okay was sind das hier für dinger eigentlich ist es fallen oder was nö die kann ich gerade angucken wer wohnt da aha ein alter mann mit rollstuhl es ist nervig all diese neue leute kennenlernen sie müssen nicht das ist george ok mein name ist übrigens george und jetzt tisch ab naja sehr unfreundlicher typ hier was ist denn das es ist ein gut sortierter kühlschrank ok mir geht nicht ok also da reingucken er ist leer da kann man ja auch die mülleimer durchwühlen das ist interessant was haben wir denn hier da läuft der fernseh und keiner guckt ok hier liegen bücher kann man auch nichts mitmachen aber naja egal es war wahrscheinlich können wir da nicht rein in den raum hier ja du bist nicht gut genug mit evelyn oder george befreundet okay wer sind das du bist nicht gut genug mit alex befreundet um sein schlafzimmer sehen ja können wir nicht mal klopfen schade naja vielleicht kommen wir irgendwann mal raus tja gut dann gehen wir mal weiter tja wenn wir unabhängig sind doch da blinzelt es manchmal so ein bisschen hihi ok das machen will einmal ey wer kommt denn hier stopp stopp junge dame h halt oder bist nicht gerade her bist du nicht gerade hergezogen maru ist es ich bin maru ich habe mich darauf gefreut dich kennenzulernen ok sonst noch was weißt du in einem kleinen ort wie in diesem hier kann ein neues gesicht dynamik die dynamik ziemlich verändern es ist aufregend aja dynamik ok alles klar also nicht dynamisch kann ich da was ernten vielleicht ja nein hm na jetzt habe ich da krass spiegel gekauft es nervt mich immer noch ein bisschen oder wird das food and spirits also getränke sagt da kann man wieder eine nazise ernten die kann man wahrscheinlich verschenken so wer ist das hallo und willkommen in unserer kleinen gemeinde mein kind mein kind du kannst mich oma nennen wenn du willst ach das ist evelyn sonst noch was nein dann haben wir hier noch zwei leute hier wahrscheinlich mutter und tochter da haben wir noch mehr da rennt der doktor rum hallo du musst legula sein unser neuer käme ich bin caroline mein mann und ich führende den gemischtwaren laden hier und du hast meine tochter epigel getroffen sie ist sehr blass mit violetten haaren ah ja 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 haben wir getroffen und wer ist das oh du bist nicht ganz so wie ich es mir vorgestellt habe aber das ist okay ich bin jodie okay das ist ein kleines städtchen also ist es immer sehr aufregend wenn jemand neues einzieht ein bauern hier zu haben könnte einige sachen ändern ja mal schauen da kriegt er vielleicht ja auch besseres zeugs ja daran müsste zu teuer kaufen also vielleicht also dann wäre es dann dieser kleine bengel mit den rosa haaren wenn ich da mal hinkäme ich kann nicht durch bäume laufen oh ja und fremdes mein name ist vincent mama sagt ich soll nicht mit fremden reden aber du siehst in ordnung aus ja bin ich auch sonst kann ich mit ihm nett ja das ist ja der doktor oder ja mit doktor keinem reden da haben wir schon ja wir müssen sie allen vorstellen das ist ja mal ganz prickelnd wer es da wohnt dann sehen man sonne kann man da wieder drin ein müßelriegel aus dem mühleimer ja gut kann ich den gleich essen ja so ahja 15 energie wow ist da noch was drin nö he he ich hab aus dem mühleimer das lohnt sich also in den mühleimer rumzuwühlen jetzt kann ich auch wieder besser laufen ok was liegt denn hier Hausaufgaben oder so Radio kann ich das Radio anschalten läuft auf Nachrichtencenter ok ja und äh keine Nachrichten ok Eier, Brot, Karotten und Milch ich guck mal so in die Leute in ihrem Kühlschrank in den Mülleimer rein er ist leer Mann ich will doch sehr gerne in den Mülleimern rum was liegt da hallo äh Zeugnis Name Vincent Lesen 3 Rechtschreibung 4 Mathe 3 Sozialkunde 2 minus Kunst 2 minus Sport 1 Hinweis Vince ist ein guter Junge aber es würde nicht schaden wenn er mehr lernen würde Penny aha ja 3er und eine 4 das ist nicht so toll hm da müssen wir doch mehr das ist sein Zimmer oder wie bis nicht gut genug mit Sam befreut um sein Schlaf ah Sam er ist ein Musiker und so ein Computer hat er auch und da wohnt bestimmt Vincent und da oben Mutti oder so ok dann gucken wir mal weiter ich hab schon gedacht ich mich schlafen gehen weil meine Energie so schlecht ist erschöpft ok erschöpft es immer äh nix schade da ist ein leerer Blumentruck äh wir wohnten da in das ist ein Sonnenhaus ja keine Ahnung was ist das super Fashion Girl Magazin ah ok alles klar das ist ein Computer oder ein Fernseher ich glaube ein Computer ist ein Apple oder so bauen sie ihre eigene Dunkelkammer ah ok da haben wir das Fotobuch erwischt fuchteln mit Zweck moderne Annäherung an die Kunst des Tanzens ok äh ja sonst immer das gleiche Buch ja ich hätte gerne wieder ein anderes ah nö was ist denn das ein Klobus hey da ist ja Sternentau also Sternentau da meine ich so wer wohnt hier du bist nicht genug mit hey liebe Freund ah hey liebe wohnt hier und da ist die liebe Küche so ist was im Ofen drin Ofen riecht wie frische Törtchen ok was habt ihr denn im Kühlschrank Törtchenmilch und dichtverschlohnes Glas Cornichons äh und Quiona Salat was ist das kenn ich nicht was haben wir da an unsere geliebten Mädchen wir verwissen euch und hoffen dass ihr alleine zurecht kommt wir haben letzte Nacht die Ferninseln verlassen nachdem wir zwei Monate dort waren es war eine wundervolle Erfahrung höchst empfehlenswert esst immer gesund und vergesst nicht die Rechnung für den Strom zu zahlen in liebe Mama und Papi ok da sind anscheinend die Eltern gerade unterwegs und äh die Kinder müssen sich selber verköstigen hier Emily und ihr schlaft da ja hm so hm komm raus mit uns wieder 1630 Syras da können wir die Syras was haben wir denn hier Grabsteine äh hallo es ist alt und verblasst ok unsere geliebte Mona äh was und ob äh du blablabla weil keine Ahnung irgendeine komische Sprache ja wer ist denn das ah der neue Bauer den wir alle erwartet haben und dessen Ankunft viele Konversationen entfacht hat ok Elliot der sieht so wie so ein eitler Pfarr aus ich bin Elliot ich lebe in einer der kleinen Hütte am Strand es ist mir ein Vergnügen dich kennenzulernen oder es gäbe äh zieb wird hier also so vom Anzug her wieder passen ne so was haben wir denn hier hallo bis zum Sommer geschlossen ah ja äh äh was haben wir hier warte erst mal doch ein Mülleimer äh nix schade äh was rattelt denn da so Archäologiebüro geöffnet von 8 bis 18 Uhr äh da kann man jetzt noch rein so hauli ja der hat seinen Kaubehut auf was ist das ja hier fehlt ein Buch äh ja welches denn wenn ich es hätte dann würde ich es ja hergeben was äh 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 kann man hier lesen hier fehlt ein Buch was haben wir hier reisen über die Edelsteinsee aha Kalio Wüste Flora und Fauna geologische Geschichte des Sternentortals okay hier kann man verschiedene Bücher angucken hier fehlt ein Buch hier fehlt auch ein Buch ja sagen wir mal naja gut nix wichtiges aber hier sind dann so die Leseplätze hier ja jetzt sagen wir mal hier ist ja alles leer hatte der alles rausgeraubt oder rausgeschmissen oder wie was ist denn das was ist denn das er ist zerlummt aber noch niedlich okay ach irgendein Teddybär oder so sieht eigentlich aus wie ein Hund was liegt da eigentlich aus das kann ich nicht okay na äh ich kann jetzt mit dem hin ach Mist da muss ich so rum äh hallo ja hallo willkommen im Sternenthaler Archäologiebüro okay äh das ist jetzt peinlich aber der letzte Museumsdirektor hat sich mit der ganzen Sammlung aus dem Staub gemacht wir haben keine Artefakte die wir ausstellen können aber ich hoffe wir können das bald ändern falls du irgendwelche Artefakte oder Mineralen da draußen findest kannst du es mich wissen lassen okay äh 17.40 kann man noch zur Schmied gehen es ist verschlossen geöffnet von 9 bis 16 Uhr oh boah die ganzen Öffnungszeiten da muss man auch mal aufpassen dann nix im Mülleimer was ist denn das hier eigentlich irgendein Ofen und das hier außer Betrieb außer Betrieb das sieht so aus als wäre es ein Minenkater oder sowas vielleicht ist da hinten ja die Mine Ah das noch ne Narzisse was join us strief joja cola view your life was denn da da hängt ein Zettel kann ich nicht lesen schade joja lives better with joja joja markt oh join us strief willkommen im joja markt wie geht es dir heute es ist morris ich denke nicht dass wir uns schon mal getroffen haben ich bin morris repräsentant für joja kundenzufriedenheit wenn du dich dazu entfließt ein joja mitglied zu werden werde ich deinen Beitritt mit freunden unterstützen ok wir vergeben ab sofort mitgliedschaft mit einer joja mitgliedschaft kannst du Verbesserungen in der Gemeinschaft mit Hilfe unseres entschlossenen Personals durchführen zu einem Preis natürlich und nochmals Bürgermeister Louis hat uns versprochen sollte noch irgendjemand beitreten würde er zustimmen dass wir dieses alte Gemeindezentrum in eine joja lagale umfunktionieren ist das nicht wundervoll äh ich finde es nicht toll eine mitgliedschaft kostet 5000 g möchtest du nun uns beitreten äh nein im moment nicht so können wir die kassiererin noch ansprechen nein hallo da ne geht nicht das ist ja brutal protein shakes boah was ist das hier fresh and cheap ich glaube wir können hier nicht wirklich alles hier angrabbeln oder hä können wir hier nichts kaufen milk nein Haargel elektrisch blau Zahnpasta nö dann gehen wir wieder hier 1840 haben wir jetzt okay oh halt wer ist denn das mit dem haben wir schon gesprochen okay ich kann mir die Namen wahrscheinlich nie alle merken äh oh grüß gott boah geräumiger wohnwagen würde ich mal sagen ey du bist nicht genug mit ah Mensch Penny Penny komm doch mal raus ich will mit dir reden oh nö ich geh ins Bett okay schade voller leerer Bierflaschen oh da ist wohl jemand trinker hm naja gut dann gehen wir wieder mit Penny rät man halt ein anderes mal dann was ist denn das das sieht aus wie da wie so ein Leichen äh 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 ey wer ist das ah hi ich bin Clint Clint ist tot oder was äh und ja weiter der Schmied der Stadt wenn du jemals deine Werkzeuge verbessern willst bin ich dein Mann jawoll dankeschön jetzt haben wir den auch aber was ist das denn hier guten Abend ach das der Bürgermeister wieder hier na wie war deine erste Nacht in der alten Hülle jaa angenehm dein Großvater hat sich immer über das klapprige Bett beschwert aber ich bin mir sicher tief drin hat er dieses Haus geliebt okay übrigens Gruß von meinem Großvater sollte ich dir noch sagen wenn ich es noch nicht getan habe äh ich kann ja da einen Ofen Fragezeichen was der Ofen des Bürgermeisters könnte mal eine Reigung vertragen oh der Kühlschrank des Bürgermeisters er ist hauptsächlich mit Milch und Eistee gefüllt naja das ist aber nicht so toll nicht so gesund Heiratsrichter statt PdK nach der Heirat kannst du hier die Scheidung beantragen hoffen wir dass es nicht nötig sein wird tja mal schauen ob wir überhaupt heiraten ein traditionelles Teeset der Bürgermeister muss Tee ziemlich ernst nehmen ja kann ja sein so ich bin jetzt gut befreundet ne ja genau dann gehen wir wieder 19.40 ok ähm ja ich glaube wir können auch so langsam mal heim gehen auch so vielleicht auch da waren wir schon drin ja gut wir könnten noch in Salou gehen aber ja ich denke das ist für heute gut wir haben eh nicht viel Energie es ist 20 Uhr da könnte man doch schon mal ins Bett gehen und ja wir haben weiter nicht alles entdeckt also erstmal alles entdecken würde ich sagen und dann gehen wir ran und das mit dem mit dem Kauf das nervt mich immer noch was sind das ja eigentlich was ist das der Bus Richtung Calico wie ist das momentan nicht im Betrieb achso naja der Bus steht jetzt seit ebigen Zeiten dann oder was naja egal vielleicht ist ja irgendwann im Betrieb so ok das habe ich auch schon mitgekriegt dass man regelmäßig zu verkaufen soll aha 1 kostet 50 Sekunden ja äh da mache ich halt miese wenn ich das wieder verkaufe äh Stein naja ich glaube Stein behalten wir mal lieber die Fasern äh können wir mal weggeben ach komm egal da haben wir jetzt bisschen Lehrgeld bezahlt Kohle gebe ich auch mal weg und die Narzissen ja behalte ich mal vielleicht verschenke ich da mal welche ok so ja ich muss mal gucken wie das geht wenn wir da im gemischt waren waren äh laden was verkaufen ah das Geld wird einem nicht gleich gut geschrieben ok so ja gut dann würde ich sagen äh wir gehen ins Bett wenn es geht geht es ne doch ja ins Bett gehen jawoll Tag 1 im Frühling Jahr 1 Minerarbeit was anderes Gesamt 157 haben wir gemacht was ist das Plus ach so da kann ich ja 50% weniger ist immer klar beim Verkauf wieder aber ich wollte es ja gerade kaufen ich wollte auch kein Gras anpflanzen jetzt ok speichern ah ja immer wenn Tag zu Ende wird wird gespeichert das musste ich ja wissen gut aber da würde ich sagen erstmal damit wäre die Folge wieder zu Ende ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal euer Legolas tschüss